läuft ja prima schneide ich dann gleich zurecht ganz kurz ein hack hier 15 sekunden einmal prüfen ob alle lautsprecher richtig angeschlossen sind dafür machen wir im signalgenerator im messmenü den signalgenerator einmal kurz den dirac impuls an dann schnappe ich mir mein handy mit einer oszilloskop app und einmal folgen richtig ist trigger auf normal stellen kurz an den lautsprecher halten der erste impuls geht nach oben der lautsprecher ist richtig rumgepolt der ist auch richtig rumgepolt kann das noch ein bisschen weiter auseinander ziehen der erste impuls geht nach oben ich weiß dass zufällig der ist falsch rum da sehen wir der erste impuls geht nach unten das heißt dieser lautsprecher ist verpolt mehr von diesen kleinen hacks gibt es am samstag in unserem live stream der link steht unten drin dankeschön